In Google Chrome geschlossene Tabs wieder öffnen Wenn Sie ein Tab in Google Chrome irrtümlich geschlossen haben, können Sie es mithilfe einer Tastenkombination schnell wieder öffnen. Drücken Sie STRG plus SHIFT plus T und das zuletzt geschlossene Tab wird wieder geöffnet. Drücken Sie die Tastenkombination erneut, wird das vorletzte Tab wieder geöffnet und so weiter. Dies funktioniert mit den 10 zuletzt geschlossenen Tabs. Schließen Sie die letzten drei Tabs und drücken Sie danach dreimal hintereinander STRG plus SHIFT und T, um die Tabs wieder zu aktivieren.